Hallo Uwe, du wollüstiger Wollner, Wöllner! Ich stell mir mal vor, du bist mein Computer, da kann ich mir dann besser vorstellen, dass ich mit dir persönlich reden würde. Weißt du, das mit den Secret-Talents, das mit diesem Secret-Talent, Secret heißt ja geheim, das ist so eine Sache, mein Talent, das ist so Secret, das verrate ich niemandem, nee, weil dann wär's nicht mehr geheim, dann wird's ja heißen, öffentliches Secret, Open Secret, Showable, zeigbares, zeigbares Talent, zeigbares Talent, nicht mehr Geheimnis, es wär kein Geheimnis mehr, nee, darum zeig ich's dir nicht, oder auch keinem anderen, weißt du, ich bin schon der, das Super-Talent im Nichts-Besonderen-Sein, ne, es langt mir schon, ich wollte dich nur herzlich damit grüßen, mit diesem Video, und sagen, so wolllustig, Wöllner wie du zu sein, ist unbeschreiblich, peinlich, so schön peinlich, dass dir bestimmt so viel Spaß macht, du selbst zu sein. Also, bis jetzt, Halleluja! Dein Taro Tiki Tiki und Wöllner wie von B.